Hallo zusammen, heute gab es für mich mal wieder Post aus China. Ich habe wieder bei Fasttech bestellt, diesmal vier Messer von Sanrenmu. Insgesamt lag ich knapp an der Freimenge von 21 Euro für alle vier Messer zusammen. Und dieses hier, das kleine Schlüsselmesser, ist das Sanrenmu A123. Ein weiteres Schlüsselmesser für den Schlüsselbund ist das Sanrenmu C142. Und dann habe ich noch einmal in blau und einmal in orange das Sanrenmu 7063. Auf die Idee, so kleine Schlüsselmesser zu kaufen, kam ich durch ein Video von Stefan123321. Und weil ich mir dachte, dass die zwei kleinen Messerchen alleine nicht ausreichen, habe ich die zwei anderen auch noch mitbestellt. Die haben preislich gerade perfekt gepasst. Die Einhandfolder sind jetzt nicht so wirklich groß. Aber da ich jetzt keine sehr großen Hände habe und einer davon auch noch für meine Freundin gedacht ist, passt das. Ich kann mal kurz abmessen, was die so insgesamt an Länge aufweisen. Hier das kleinste. Hat eine Schneide von etwa 4 cm. Und ist insgesamt 11 cm lang. Das nächste hat eine Schneide von um die 5 cm, vielleicht 5,5 cm und ist knapp 13,5 cm lang. Hier haben wir eine Schneide von 6 cm bei einer Gesamtlänge von 15,5 cm. Und natürlich sieht das bei dem orangenen Messer genauso aus. Ich dachte mir, ich zeige sie euch mal. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja mal bei Fasttech vorbeischauen. Dankeschön und viel Spaß noch. Danke fürs Zuschauen und euch noch einen geilen Tag. Ich hoffe, dass bei euch das Wetter nicht ganz so schlimm ist wie bei uns. Ich hoffe, dass bei euch das Wetter nicht ganz so schlimm ist.